Unsere Themen bei Transfermarkt TV sind heute unter anderem Alexander Nübel vom FC Schalke 04 möchte seinen Vertrag aktuell offenbar nicht verlängern und Florian Thauvin steht offenbar vor einem Wechsel zum AC Mailand. All das und vieles mehr gibt es heute in unserer Sendung und wir freuen uns natürlich, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Hertha BSC und Trainer Paul Dardai gehen im Sommer vorerst getrennte Wege. Der 43-Jährige und die Berliner einigten sich einvernehmlich auf eine Trennung zum Saisonende. Die Entscheidung sah nach einer eingehenden Analyse der Gesamtsituation gefallen, aber Dardai bleibt bei den Berlinern unter Vertrag. Nach einem Jahr Pause soll der Ungar im Sommer 2020 wieder als Nachwuchstrainer für Hertha aktiv werden. Tja und hinter Freiburgs Trainer Christian Streich war Paul Dardai der dienstälteste Coach der Bundesliga bzw. ist das eben immer noch. Da sehen wir diejenigen, die am längsten im Amt sind, ganz unten Christian Streich, Julian Nagelsmann auch noch sehr weit vorne mit dabei. Der wird ja auch im Sommer seinen Verein verlassen, also diese Statistik wird sich etwas drehen. Borussia Mönchengladbach hat den ursprünglich bis 2020 gültigen Vertrag mit Jonas Hofmann vorzeitig verlängert. Das gab der Tabellenfünfte der Bundesliga heute offiziell bekannt. Der 26-Jährige unterschrieb ein neues Arbeitspapier bis Sommer 2023. In dieser Saison kommt Hofmann auf sechs Tore und sieben Vorlagen für die Fohlenelf. Santiago Ascaciba vom VfB Stuttgart ist für seine Spuckattacke gegen Kai Havertz vom DFB-Sportgericht für sechs Wochen gesperrt worden. Also die reguläre Bundesliga-Saison ist damit für den Argentinier beendet. Er wäre lediglich bei einer möglichen Relegation im Rückspiel wieder einsetzbar. Beim FC Bayern laufen die Planungen für die neue Spielzeit auf Hochtouren. Nach den feststehenden Verpflichtungen von Lucas Hernandez, Bergemar Pavard und Fiete Arp für insgesamt 118 Millionen Euro ist klar, dass der Ausgabenrekord in der Bundesliga geknackt wird. Einen einzelnen Transfer für die Summe von 100 Millionen Euro oder mehr schloss Uli Hoeneß aber gegenüber der dpa zumindest in diesem Sommer aus. Dieses Jahr sicherlich nicht und ich muss zugeben, auch 80 Millionen hätte ich mir vor zehn Jahren nicht vorstellen können. Aber dann schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Fred Rütten und der RSC Anderlecht gehen mit sofortiger Wirkung getrennte Wege. Wie der belgische Erstligist heute bekannt gab, trennten sich der Klub und der Coach nach ziemlich genau 99 Tagen. Nachdem Anderlecht in der regulären Spielzeit als Tabellenvierter Abschluss verlor das Team seitdem alle vier Spiele in den Playoffs um die Meisterschaft. Unser Top-Thema am heutigen Tag dreht sich um den Keeper vom FC Schalke 04, um Alexander Nübel. Gerade einmal 22 Jahre jung und er ist mittlerweile der Stammtorwart bei Königsblau. Hat das noch unter Domenico Tedesco zur neuen Nummer 1 geschafft, weil er sich da im Zweikampf im Tor langsam aber sicher durchsetzen konnte. Gegen Ralf Fehrmann und Alexander Nübel kam dann ja im Saisonverlauf immer mehr zum Zug. Zunächst wurde noch rotiert. Fehrmann durfte auch unter Tedesco in den Pokalwettbewerben ran. Aber spätestens seit Hüb Stevens Trainer ist, spielt nur noch Alexander Nübel, wenn er denn fit ist oder nicht gesperrt. In der Hinrunde haben wir das gesehen. Dreimal durfte er ran und in der Rückrunde, abgesehen eben von seiner Sperre, ist das deutlich regelmäßiger, wie er da zum Einsatz kommt. Und nicht nur Hüb Stevens, sondern ganz Schalke 04 setzt auf diesen Alexander Nübel. Nübel, hier haben wir nochmal seine Daten. Sein Marktwert liegt bei 5 Millionen Euro. 13 Spiele hat er in der Bundesliga absolviert, dreimal die Null gehalten, 21 Gegentore kassiert. Und Königsblau will Alexander Nübel als neuen Leistungsträger, ja sogar als Identifikationsfigur aufbauen. Und stört sich etwas daran, dass der Vertrag von Nübel eben nur bis 2020 läuft, wie wir eben gesehen haben. Jochen Schneider, der Sportvorstand von S04, sagt über Alexander Nübel, wir tun alles dafür, damit Alex langfristig bleibt. Er soll eines der neuen Gesichter auf Schalke werden. Tja, aber die Bild-Zeitung berichtet eben, dass der Keeper es aktuell überhaupt nicht eilig hat. Er möchte sich mehr auf die verbleibenden Bundesligaspiele konzentrieren und eben auf ein Turnier im Sommer. Der Berater von ihm, Stefan Backs, sagt nämlich, hauptsächlich geht es Alexander Nübel jetzt erstmal darum, sich auf das Wesentliche zu fokussieren, auf den Abstiegskampf. Er spielt zum ersten Mal in seiner noch jungen Karriere regelmäßig. Tja, also der Berater und möglicherweise auch der Spieler selbst, beide kennen sie den aktuellen Marktwert und die Situation. Und lassen sich dann eher noch Zeit mit einer vorzeitigen Vertragsverlängerung und sagen, wir gucken uns die ganze Sache zunächst einmal an, wie sich das entwickelt. Denn Alexander Nübel weiß auch, dass er sehr talentiert ist und in seiner Altersklasse sehr weit vorne. Denn in der Altersklasse 23 und jünger gibt es tatsächlich nur einen wertvolleren Keeper als Nübel mit einem Vertrag, der 2020 endet. Und das ist Mike Mignon, der spielt bei OSC Lille, hat einen Marktwert von 12 Millionen Euro. Was sagen die User zur Personalie Alexander Nübel? Ist es der richtige Weg für ihn, jetzt erstmal abzuwarten oder sollte er sofort zuschlagen und den neuen Vertrag bei Schalke mitnehmen? Alex 1512 sagt dazu, wenn Nübel klug ist, verlängert er seinen Vertrag nicht, muss man aus neutraler Sicht einfach so sagen. Hat jetzt die Möglichkeit, sich ein weiteres Jahr ins Rampenlicht zu spielen und wird sich dann im Sommer 2020 vorangeboten kaum retten können. Wie bei so vielen Spielern in der Vergangenheit hat man auch hier verpennt, frühzeitig zu handeln. Ein weiterer Kommentar kommt von Runaway, übrigens ein Transfermarkt-User der ersten Stunde. Er sagt zu dieser Thematik, aus meiner Sicht wäre es töricht, von Nübel nicht zu verlängern. Wo sonst hat er garantiert einen von 18 Plätzen in der Bundesliga? Das setzt man doch nicht aufs Spiel, weil man schon an den zweiten Schritt denkt, bevor der erste beendet ist. Also Runaway sagt, der muss erstmal regelmäßig Leistung bringen in der Bundesliga, sich ein wenig Erfahrung erarbeiten. Das ist also die Meinung von ihm. Das könnt ihr natürlich auch tun. Ihr könnt euch gerne beteiligen, könnt euch natürlich kostenlos bei Transfermarkt anmelden oder auch bei YouTube. die Kommentarfunktion benutzen. Ein weiteres Statement haben wir dazu noch. Und auch das wollen wir uns jetzt angucken von Squaller. Ich sehe da überhaupt keinen Grund, weshalb er bei uns verlängern sollte. Das Geld, was wir demnächst Spielern zahlen können, kann jedes Top-Team bei so einem Talent locker verdoppeln, wenn man sich auch dann noch die Ablöse sparen kann. Ja, es ist auf jeden Fall keine neue Situation für Schalke 04, sich um die Vertragsverlängerung von einem jungen, hochbegabten Torhüter zu bemühen, den man natürlich gerne langfristig aufbauen möchte. Möglicherweise auch als Identifikationsfigur. Beispiel natürlich Manuel Neuer. Das Ganze ist jetzt einige Jahre her. Aber ja, es gibt schon die ein oder andere Parallele. Das erste Schalke-Jahr als Stammtorwart. Da hatte Manuel Neuer einen Marktwert von drei Millionen Euro. Alexander Nübel liegt da jetzt leicht drüber. Damals Manuel Neuer in der Saison 2006-2007 mit 27 Spielen. Nübel hat jetzt insgesamt 17 aufzuweisen. 13 Mal in der Bundesliga, zweimal im Pokal und zweimal in der Champions League. Ja, und Neuer, der ist mittlerweile auch schon 34, hatte zuletzt immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, viel lange aus. Da könnte in Zukunft ja auch beim FC Bayern Handlungsbedarf bestehen. Und Bayern ist ja immer daran interessiert, junge deutsche Talente zu verpflichten. Warum also nicht Alexander Nübel? Das ist sicherlich keine kurzfristige Diskussion, aber möglicherweise eine mittelfristige. Auch dazu könnt ihr eure Meinung schreiben, was ihr denn davon halten würdet, obwohl es da aktuell noch keine konkreten Anzeichen für gibt. Und der FC Bayern hat ja bereits auch einen ganz jungen Torhüter in den eigenen Reihen. Einen für die Zukunft möglicherweise. Christian Früchtl, 19 Jahre jung. Der bekommt allerdings momentan noch nicht wirklich die Spielpraxis, weil natürlich auch die Nummer zwei Sven Ulreich noch davor steht. Aber generell ist das natürlich ein spannendes Thema, wie es weitergeht mit Alexander Nübel bei Schalke 04. Momentan ziert er sich noch etwas mit der Vertragsverlängerung. In der Serie A bahnt sich möglicherweise ein echter Top-Transfer an, denn Florian Thauvin von Olympique Marseille steht offenbar kurz vor einem Wechsel zum AC Mailand. Das berichtet France Football. Der französische Nationalspieler soll eine Ablöse zwischen 30 und 40 Millionen Euro kosten. Wäre dann eine neue Herausforderung für Thauvin, den Weltmeister von 2018, der in dieser Saison 15 Tore erzielt hat. Trotz seines Vertrags bis 2022 wird Nicolas Pepe seinen Klub OSC Lille laut der Aussagen des Vereinspräsidenten zum Saisonende verlassen. Die Frage ist nur, wohin? Zu den Bayern oder vielleicht doch zu Inter Mailand? Nach Informationen von France Football hat der Tabellendritte der Serie A eine Offerte über 60 Millionen Euro für Pepe vorgelegt. Damit wäre der 23-Jährige der teuerste Einkauf in Inters Vereinsgeschichte und würde Christian Vieri ablösen. Takefusa Kubo ist ein japanisches Talent, das in La Masia beim FC Barcelona ausgebildet wurde. Dort spielte er zwischen 2011 und 2015. Aktuell ist der 17-Jährige in seiner Heimat beim FC Tokio in Japan unterwegs. Laut Mundo Deportivo soll Paris Saint-Germain den Youngster, der im rechten Mittelfeld beheimatet ist, beobachten. Der war ja auch schon mal bei uns im Transfermarkt-Talente-Kalender. Der englische Nationalspieler Declan Rice von West Ham United ist auf der Insel in aller Munde. Über ein Interesse von Manchester United am 20-jährigen defensiven Mittelfeldspieler wurde ja bereits spekuliert. Nun soll auch Real Madrid an Rice interessiert sein. Das behauptet zumindest der Ex-Premier-League-Profi Scott Minto, der mittlerweile als TV-Experte arbeitet. Mohamed Bejic ist derzeit vom FC Everton an den englischen Zweitligisten FC Middlesbrough verliehen und kam dort zu 32 Championship-Einsätzen. Laut der englischen The Sun sollen zwei Klubs aus der Türkei eine Verpflichtung des 26-Jährigen ins Auge fassen, nämlich die Istanbuler Vereine Bejiktas und Fenerbahce. Und nach Informationen des niederländischen Magazins Football International haben mehrere Klubs, darunter der Bundesligist SC Freiburg, Interesse an Marc Dimas von Fortuna Zitat. Nach 24 Torbeteiligungen in der 2. holländischen Liga in der letzten Saison wechselte Dimas im Sommer ablösefrei von De Grafstab zu Fortuna. Dort ist er unumstrittener Stammspieler, erzielte fünf Tore und bereitete sechs weitere Treffer vor. In unserer Sendung gestern haben wir über den Italiener Nicolo Sagnolo gesprochen. Da ging es ja um das Gerücht zum FC Bayern und darum, dass der Mann seinen Marktwert unfassbar steigern konnte in dieser Saison von einer Million Euro auf 40 Millionen Euro. Nur zehn Spieler weltweit konnten ihren Marktwert seit dem letzten Sommer noch mehr steigern als dieser Nicolo Sagnolo. Und auf die Top 5 von diesen Spielern wollen wir jetzt mal blicken. Luka Jovic aus der Bundesliga ist beispielsweise dabei. Ein Plus von 47 Millionen Euro seit Sommer 2018. Neuer Marktwert 55 Millionen Euro. Auf der vier Antoine Griezmann von Atletico Madrid. Er hat ein Plus von 50 Millionen Euro aufzuweisen. Dann kommt ein weiterer Bundesligaspieler mit Jadon Sancho. Plus von 65 Millionen. Der Mann vom BVB ist jetzt 80 Millionen Euro wert. Auf der zwei Fränky de Jong. Der hat seinen Marktwert um 68 Millionen Euro gesteigert. Der neue Marktwert ist sicherlich auch an die Ablöse angepasst, die der FC Barcelona für ihn bezahlt. Und Kylian Mbappé ganz vorne. Plus von 80 Millionen Euro. Der ist 200 Millionen Euro wert, der französische Weltmeister. Heute und morgen wird es wieder richtig spannend in der Champions League. Dann stehen die Rückspiele der Viertelfinals an. Und die bisherigen vier Duelle, die es ja gab in der letzten Woche in den Hinspielen, waren allesamt richtig, richtig knapp. Tottenham gegen City, Ajax gegen Juve, United gegen Barca und Liverpool gegen Porto. Heute finden die ersten zwei Rückspiele statt. Und wir schauen mal auf das Duell des FC Barcelona gegen Manchester United. Barca konnte im Hinspiel ja erstmals überhaupt im Old Trafford gewinnen. In den letzten drei Jahren ging es für Barca allerdings jeweils im Viertelfinale raus. Und United braucht eine ganz klare Leistungssteigerung im Rückspiel im Camp Nou. Um das noch zu packen, gegen PSG in der Runde zuvor im Achtelfinale, war das Rückspiel dann ja gerade, was die Effizienz im Torabschluss angeht, deutlich besser. Und Trainer Ole Gunnar Solskjaer, der mag das Camp Nou ja ohnehin. Stichwort 1999. Da wollen wir natürlich auch einen Blick auf das zweite Viertelfinal-Rückspiel von heute werfen. Nämlich Juventus Turin gegen Ajax Amsterdam. Es gab im Hinspiel ein 1 zu 1. Aber auch gegen Real Madrid konnte Ajax das Hinspiel zu Hause nicht gewinnen und trumpfte dann auswärts im Rückspiel groß auf. Das wollen sie natürlich heute auch wieder schaffen. Die Mannen von Eric Ten Hag, diese talentierte Offensivmannschaft. Ja, und bei Juve hofft man natürlich einmal mehr auf die Stabilität in der Defensive und auf die sportliche Genialität von Cristiano Ronaldo. Mandzukic und Douglas Costa wackeln tatsächlich etwas. Mit dabei sein wird aber wieder Emre Can nach überstandener Knöchelverletzung. Und er blickt voraus auf dieses Spiel. Es ist beeindruckend, wie sie spielen, wie sie pressen. Es ist sehr schön, dass sie das Spiel von ihnen sehen. Wir respektieren das. Aber wie ich gesagt habe, wir sind nicht Angst, dass wir uns nicht Angst haben. Wir wollen unser Spiel spielen, wir wollen das Spiel, was wir spielen können. Tja, selbstverständlich ist das Emre Can nicht entgangen, welche Offensivpower Ajax Amsterdam in dieser Saison hat. Und zum Abschluss unserer Sendung wollen wir uns genau diese Offensivpower nochmal vor Augen führen. Am Wochenende hat Ajax in der Liga, in der Eredivisie, nämlich sechs Tore gemacht beim 6 zu 2 Sieg gegen Excelsior Rotterdam. Die haben sich also quasi schon warm geschossen. Dann schauen wir, wie es heute Abend ausgeht und sehen uns morgen wieder hier bei TMTV. Bis dahin. Tschüss. Und dann schauen wir, wie es heute Abend geht. Und dann schauen wir, wie es heute Abend geht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.